hauptsache er fängt auch mit mir zu quatschen und dann PUFF WEG Scheiße! Oh Scheiße! Er stirbt! Danke, jetzt ist auch noch Panther hier drin! Du hast ein kleines Schweißbrenner angespr... äh... Schweißbrenner alles anrichten kann Ja, aber wo kommt denn der Puma her? Ich weiß das nicht Wir können hier drin nicht mal Waffen benutzen Ah, der ist hier... hier ist einfach verkohlt Was der für Geräusche macht... Ja So, ich quatsch jetzt weiter mit dem hier Oh, kann ich nicht! Ich kann nichts machen! Ja, es brennt ja noch irgendwo Ich möchte mit dir reden Nun, bereits jetzt greifen meine Auserwählten die Highwaymen in den langen Nächten an Nun bitte ich sie Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln Meine Familie kann nicht ewig kämpfen Oh Gott! Und was dich angeht Denk an Gottes Geschenk Was du bisher erlebt hast Ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht Vergeude sie nicht Ey Brudi, lass mal angeln Außerdem gestatte ich meinem Judge dir zu fallen Ich sehe, wie du dort die Eierkopf haust Scheiße Kann mein Judge dir helfen Kann mein Judge dir helfen Bevor du unsere Hirten sein kannst Liesst du unser Schwert sein Geh Und mache dieses Land sicherer Für alle die in Frieden leben wollen Geh Hottie, komm zurück Lass meinen Hut liegen Danke Bruder muss los Ist das denn scheiß Ernst? Verpiss dich Haare Das ist wie russisch Roulette Beim dritten Mal kickts nicht mehr so toll Oh Bruder, da ist ein anderes Schwert Muss ich mir kralle Das läuft mein Pferd teilweise so seistlich weg Ich hör mir mal bitte jemand helfen Na, den hat's gefotzt. Bruder, ich bin noch da für dich. Guck mal her, hier. Schön! Wieder getrampelt von einem Pferd. Schöner Tod. Sicher, dass es 860 sind und nicht 860? Was wird das denn jetzt für ein Vogel? Boah, du alte Dreck-Sau. Dreckig! Ich hab' das nur noch schreien hören von hinten. Hahahaha! Hahahaha Oh du blöder Wichser Oh wie geil Oh Gott Guck mal auf die Straßenbahn her, kann ich nicht Bescheid sagen? Halt einfach ein bisschen weiter weg Zur Hölle Ähm Was tut der da? Ich blöde mir jetzt noch die letzten Ostereier, Junge Der Wichser hat mich gar nicht abgefackelt oder angebrannt Und jetzt haut ich mir auf die Schnauze Dumme Sau Richtig so Gewalt löst immer alle Probleme Wow Das ist wieder sowas von Fidel Schnulli Uli Erdbeerchen oder sowas Alter was soll das denn eben, der Torwart hat sich gerade dreimal überschlagen Und hat den Puck trotzdem noch in der Hand gehabt Was Was Der ist gerade übelst abgehoben Was Au Warum Sag's nicht Papa Eben Was 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 Gespeichert Gespeichert Hilfe Ja, ihr kriegt das Flugzeug einfach nicht mehr, ich hab's runterholen können vom Himmel, du Pimmelsberge Du hässige Du hässige Alter Was 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 Das ist bestimmt der Daniel Hat der Pferd schon mal gekriegt, das ist sicher Kann nicht sein, mein Pferd hat keinen Schaden gekriegt Nein, sein Pferd Wieso sein Pferd? Und Andy ist rausgeflogen Andy, der hat dann Pitches umgelegt Ich hab ihn nicht umgelegt, der ist ja noch weitergelaufen